Was für ein schöner Morgen. Der nächste Morgen hier in unserem schönen Häuschen bei Rust. Und mit dabei sind natürlich wieder die guten Männer. Wortwörtlich hier sind wir hier natürlich... Da ist ein Kaffee da. Kaffee. Der ist auch wieder wach geworden hier in einer ganz schönen neuen Folge. Der Gregor. Mir dröhnt immer noch der Schädel von dem ganzen Dubstep. Ach, hallo, hallo. Ich mach erstmal ein bisschen Frühsport. Ich will eine Geschichte hören. Oh ja, eine Aufwachgeschichte. Hobi, bleib mal so. Ich mach ein Foto. Hock dich mal in die Hocke. Yeah, episches Bild. Und episch. Mega geil. Das sieht auch krass aus da hinten einfach. Was macht der Typ? Ich hab keine Ahnung. Der meditiert. Der macht wieder auf World of Warcraft Nachtelfen oder was? Ich bin Nachtelf, Irokese. So, Frühsport. Ist doch geil. War das alles, was du an Frühsport hast? Ich war schon joggen, während ihr gepennt habt. Was? Ja, hier am Strand, hier da drüben auf dem Weg. Ach was. So. Ach, ist das schön hier, der Sonnenuntergang. Wunderbare Kulisse hier bei Rust. Ist rustig, oder? Ja, ja. Muss nochmal runter. Ziehen wir jetzt wieder los? Rustig, tralalala. Oder seid ihr schon alle wieder längst losgezogen, ohne Bescheid zu sagen? Bald ist, Nikolaus. Okay. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich bin doch hier am Bauen tatsächlich. Okay, dann ziehe ich jetzt los und sage, hey, tschö. Oh, da ist ein Spieler. Ich will losziehen, Freunde. Ein Spieler mit einer Fackel. Wer ist da? Ein Spieler? Ich bewaffne mich mal. Komm, lass uns abendieren. Oh, ja, warte mal. Ich kann mich jetzt auch bewaffnen. Ein Spieler mit der Fackel? Wie heißt der? Da fackel ich nicht los. Kann man eigentlich, kann man irgendwie sehen, ob man, ob man Munition hat oder nicht? Ah ja, da habe ich. Der Bäscher, irgend so ein Bäscher. Ah, da vorne seid ihr. Aber der hat keine Waffe. Nee, okay. Also, ich sehe zumindest nichts. Ich war nicht so sicher. Ich dachte, das wäre zumindest, ich dachte, der hat eine Knappe. Ich schieße mal in die Luft. Mal gucken, was passiert. Rennt ihr weg? Nee, er hat Angst und dreht sich um, glaube ich. Er hat Angst und dreht sich um. Immer wieder, immer wieder. Wie der Rumpel am Freitag. Bitte? Da hinten, da hinten läuft noch einer. Da kommt auch ein Spieler. Ah, Friendly. Und da kommt noch ein Spieler. Wer ist das? Ja, jetzt überfallen sie euch alle und ich weiß, wenn der noch lebt. Ja, ey, in der Sie dürftest du dem jetzt nicht so vertrauen. Bitte nicht töten. Ja, dürftest du hier eigentlich auch nicht, weil PVPs wäre, aber das hat noch keine Knarre. Wollen wir ihn vielleicht trotzdem einfach töten? So, jetzt komme ich aber auch mal zu euch. Ich habe nämlich eine Schrotflinte inzwischen. Wo seid ihr denn hingelaufen eigentlich? Eigentlich da, wo wir am gestrigen Tage die Tiere töteten und Dinge sammelteten. So weit seid ihr schon? Ja. Oh, ich sehe da hier Leute, Leute, die laufen noch. Seid ihr das noch oder ist das jemand anders? Nee, also wir gehen gerade. Gerade zu euch. Ah ja, Saraza. Ich sehe Saraza. Ich bin bei Saraza. Hey, Alter, willst du mit mir rumjoinen? Ja, will ich. Ey, Tobi schickt die Mühe. Hey, guck mal. Guck mal, meine Schrot, meine neue. Sie ist gar nicht klein und soll auch nichts ersetzen. Kompensieren. Okay, verstehe. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ich glaube, ich muss sie wieder einen kleinen Tacken heller stellen. Bitte was? Options? Options? Dürfte ich mal bitte auf die Options? Heller stellen? Aber es ist doch gerade morgen grauen. In die selbe Richtung oder sollen wir mal woanders gehen? Es ist doch ein bisschen dunkler. Wir können ja mal in die Straße gehen und gucken, was auf der anderen Straße sein ist. Jeder Mann ist abgestürzt. Sein Computer macht ihn an und macht ihn aus. Gleich holt er den Handbanger raus. Denn er ist zu voller Luft. Geil. Ich muss hier gerade mal einen Schnitt setzen bei mir. Vorsicht. Vorsicht. Schon wieder rote Bären. Bei mir ist es schon wieder abgeschmiert. Ich weiß auch nicht, warum. Du bist ganz abgeschmiert. Bist du rausgeflogen? Ich bin komplett aus. Das ist ja doof. Übrigens, was wir letztens gesagt haben. Man kann diese Ratz, also diese... 500. Genau, bis zu 500 kann man. Das heißt, wir können ruhig mal in so ein Gebäude reingehen und mal gucken. Bis wir 500 haben und dann sterben. Aber cool. Aber wie gesagt, es geht wieder runter. Das heißt, man kann da rein. Wenn wir 400 haben, dann gehen wir wieder raus. Dann ist es ja nicht gut. Boah, nee, das ist doch niemals gut, Junge. Das ist doch niemals gut. Warte mal, ich bin jetzt nur noch mit Benni dabei. Wo sind denn die anderen? Tobi, war ja nicht eine Straße? Ja, kommt die nicht da hinten gerade? Nein, niemals war da eine Frage. Ich sehe die gerade gar nicht. Ich sehe nur diesen roten Wolf oder Bären da hinten wieder. Benni, gehst du mit mir in ein radioaktives Gebiet? Da ist eine Tonne rechts. Und hier ist auch radioaktiv gerade. Wo seid ihr denn, verdammte Scheiße? Oh, hier ist auch radioaktiv. Oh, Vorsicht. Ich habe hier gerade massive Probleme. Oh, Mann. Ah, wir haben euch gefunden. Ja, schön. Yeah, super Blattschuss. Hol du dir den Rucksack? Ja, ist geil, wie die Kollegen hier auf einen warten oder so. Hier ist ja alles verstrahlt. Ja, aber wir können jetzt... Geil, eine Flair. Das ist cool. Boah, hier wird es immer mehr. Ja, hier wird es immer mehr. Okay, Radhammer 89, Tobi. Wir müssen aufpassen. Ich habe schon 105. Ja, ja. Ich glaube, die Tonne ist nicht so gut. Nee. Vielleicht sollten wir von da mal weggehen. Alter, es sind 26 Spiele auf dem Server. Huch, wo kommen die denn her? Juhu. 400, 430. Wir haben Freunde. 450. Äh, 145. Ähm. 452. Ah, es geht wieder runter. Gott sei Dank. Was denn? Ist das einer von uns hier gewesen gerade? Ja. Ich rufst du den Bogen? Ah, der Rumpel. Der Rumpel, okay. Ach, Gott sei Dank. Nee, nee. Ich habe ja gerade... Ah, guck mal. Da ist eine Hütte von irgendeinem Spieler. Hast du nicht ein Loch-Tick jetzt geschickt? Nee, das sind random Hütten. Diese kleinen stehen auch random einfach in der Gegend rum. Aber da hinten laufen es noch da. Ja. Ja, sind wir. Ich komme mit mir. Und wir sind bewaffnet. Und ich bin ganz alleine jetzt hier irgendwo in der Wildnis. Wollt ihr eine Menschenjagd eröffnen? Rumpel, schieß mal in die Luft. Komm, schieß mal in die Luft. Mal gucken, was passiert. Nee, ich muss immer... Aber hier ist... Das ist auf jeden Fall eine Hütte von denen hier. Von den beiden. Nico und Bescher sind das. Ah, okay. Na, Bescher? So. Na gut, dann. Na gut. Na gut, na gut. Ey, wie das immer so ist, wenn man plötzlich Macht hat, ne? Ist ein bisschen verlockend. Ja, ein bisschen sehr verlockend. Sag mal, wo seid ihr denn? Wir sind gerade bei Nico und Bescher. Dort, wo wir gestern hingelaufen sind, nur ein bisschen weiter links. Also eigentlich vom Lager aus, vom Lager aus, den Berg runter und immer geradeaus. Das ist auch so eine geile Angabe. Ich bin jetzt gerade hier am Radioaktiv-Gebiet so ein bisschen. Ja, nee, dann musst du weiter links. Von unserem... Aber wo ist denn die Straße hin? War die nicht hier? Ja, ich glaube, es ist alles anders geworden. Ja, ne? Die Straße ist weg, die Hütten sind weg. Also es gab hier auch mal Gebäude. Da, wo das radioaktiv war, gab es auch mal Gebäude. Ich habe immer noch 230. Ich bin gleich bei der Straße, glaube ich. Warte, 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 warte. Lass mal zusammenbleiben und dann lass mal... Ah, da seid ihr, glaube ich, ne? Seid ihr das? Ich glaube, die Straße ist hier. Ja, ich muss mal zurück zu euch. Oh, es sieht so schön aus, wenn die Sonnenstrahlen durch die Bäume fallen. Ich glaube, ich habe euch verloren. Sorry. Wie, verloren? Warte, wir sind einfach geradeaus gelaufen. Ja, geradeaus bin ich auch gelaufen, aber es gibt viele geradeaus. Wo seid ihr von der Hütte aus? Geradeaus ein bisschen linkslastig sind wir. Ja, ich bin ja nicht mehr im Lager gespawnt, als ich geflogen bin. Oh. Ach so, ach du Scheiße. Aber eigentlich spawst du immer dort, wo du gerade gewesen bist. Aber ich habe gerade einen Bären alleine erledigt dafür. Nice. Lass mal kurz in den Hütten gehen. Du alter Bären-Töter. Ähm, wie hetsche ich nichts bei dem? Hä, was ist denn da los? Jetzt gerade spinnt bei mir das Spiel, habe ich das doofe Gefühl. Balle, du musst aber bei Respawn unten auf Add Camp drücken, ne? Dann kommst du bei... Ja, aber er war ja kein Respawn, er ist ja vom Server geflogen einfach. Ich bin mal Spiele bei mir geflogen, mal wieder. Es gab ja ein tolles Zwischenvideo bei mir auf dem Channel. Ah, cool. Und da hinten sind doch Häuser. Lass uns mal da reingucken. Wenn es jetzt keine Zombies gibt, dann können wir da echt mal gucken. Aber pass auf wegen den Wölfen und so, ne? Was halt irgendwie blöd ist, wenn wir überhaupt gar keine Ressourcen irgendwie abbauen, ne? Ich bin bei der Straße, ich bin bei der Straße. Ah, sehr gut. Wir sind auch bei der Straße. Wir sind... Oh, guck mal, hier ist noch ein... Hier ist noch ein Haus, Gronkh, ein größeres. Alter, ich kann plötzlich die Dinger nicht mehr looten. Wo bist du denn? Die Schweine. Was? Mit E? Ach, weil mein Inventar voll ist. Mit... Okay, ich verstehe. Okay, nicht mit E. Quatsch, was rede ich denn? Äh, Gronkh, siehst du das Haus hier? Sollen wir da mal reingucken? Bei welchem bist du denn? Hier, ähm, da wo wir gerade gewesen sind, nur dann weiter rechts. Ich komme, ich komme, ich komme. Ja, ja, ich sehe euch. Aber ich glaube, da ist nichts drin. Aber das ist auf jeden Fall ein größeres Haus. Oh, na, jetzt ist mein Inventory so voll. Also wenn ich huste, liegt das nur an der Radioaktivität, ne? Nicht wundern. Aber hier ist jetzt gar nichts radioaktiv. Überhaupt nicht. Nein, nein. Also, ich bin jetzt hier auf der Straße. Hier ist da nichts drin. Ich gehe, die Straße, ihr wisst ja, wo die so ein bisschen abgeht. Das ist auch ein Gebäude da vorne. Ja, da sind wir. Genau bei dem Gebäude sind wir. Wir stellen uns mal an die Straße. Komm, wir holen den Sachen mal ab. Das wäre super. Dann muss ich hier nicht so alleine rum. Saratza! Habt ihr Bock? Für 3,50 bin ich dabei. Saratza! Shit, nein. Was? Ach, fuck. Ich bin am Bluten. Hä? Ach so, scheiße. Oh Gott, die sind voll viele Wölfe. Ihr seid nicht in dem Haus zu Norbert. Hast du ja keine Medikits gemacht? Doch, aber ich muss ihn jetzt erledigen. Da hinten ist jemand? Ach, das ist einer von den anderen. Boah, das war... Dann ist ja Saratza irgendwo anders. Irgendwie gerade. Dann ist er ja weiter weg. Ist das hier ein Sleeper-Server? Ja, ist es. Ein Sleeper-Server. Bist du im radioaktiven Gebiet eigentlich, Saratza? Ja, ich bin ein bisschen radioaktiv. Ist es. Das ist so ein Haus hinten an der Straße. Hier sind auch Bären. Ich glaube jetzt zu dem Haus. Ich bin da gleich. Was ist das denn da? Ihr kennt das Haus doch. Ja, wir waren da schon mal. Ihr seht da hinten einen Laufen. Seht ihr mich auf der Straße hier? Ich springe hier hinten. Das bist du, Benni, glaube ich. Ja, das bin ich, genau. Wir waren hier auch schon mal. Dann muss ich jetzt durch das radioaktive Gebiet querfelde ein oder was? Soll ich die... Ich bring die Viecher mit? Komm. Komm, Tobi, wir machen ein bisschen Holz. Das bringt ja nichts. Achtung, ich bring Freunde mit. Ja, ich glaube auch. Ich bring einige Freunde mit. Du kannst jetzt mal deine Knarre zeigen, Benni. Achtung, Benni, 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 Benni. Oh Gott. Ja, lauft mal zu uns. Ich habe auch noch eine Knarre. Hab rein damit. Die machen wir mal. Komm, Herausforderung. Ich habe jetzt bloß keinen Bock mehr da selber zu laufen. Die sind echt nicht so schnell, ne? Der is no wood link. Alter, wir machen die echt platt. Alter, drei Bären, das ist eine Nummer. Yeah. Yes. Alter, Schwede. Ich will mich nicht beschweren. Es waren nur drei Bären. Ich will auch einen looten. That's what he said. Oh, das brauche ich nicht. Willst du eine Spitzsage haben? Ein Research Kit? Ne, habe ich auch. Aber was ist denn mit dem Research Kit? Können wir das gebrauchen? Ja, bestimmt, ne? Research! Ach, kann man aus dem Bär jetzt nichts rausholen? Das ist ja blöd. Doch, wenn ein Eventar ist wahrscheinlich voll. Sollen wir mal so diesen Kühltürmen laufend rüber? Ich glaube, es sind immer die Fässer, die Radioaktivität ausstrahlen. Es kann sein. Nehmen wir meine Waffe, wo ich gerade liege. Ich hätte die Metallfragmente liegen lassen sollen. Ah, hier ist auch wieder so ein bisschen Radioaktivität. Wo seid ihr denn jetzt? Bei welchem? Bei den Kühltürmen. Ach, okay, da war ich gerade. Da ist aber gar nichts. Doch, da ist immerhin... Da sind Fässer. Mehr nicht. Ne, da hinten ist aber noch ein Metall. Hier ist eine Kiste auch. Mit Kloth immerhin. Ja, wieso habe ich die nicht gesehen? Nein, ich lasse nach. Benni geht's weiter. Der Luther King hat's nicht gesehen. Ich glaube es nicht. Aus Frust baue ich den Stein hier ab. Ähm, da. Schau noch den Bären hier weg. Boah, Alter, es gibt noch neun Bären hier. Warte, ich hole mal gerade den... Wie ein Starbound. Der Tobi klaut mir alles. Ey, wer braucht denn... Mein Bild flimmert schon ein bisschen gerade. Ja, da muss man mal aufpassen. 92 Wood mit einem Schlag. Das ist natürlich nice. Die Spitzhacke ist auf jeden Fall erweitert worden. Boah, Alter, ich muss mir auch mal einen machen. Boah, ich gehe mal ganz kurz raus aus einem radioaktiven Gebiet. Ich bin zwar erst mal 250, aber ich will auch nichts riskieren. Sollen wir uns mal treffen, Freunde? Guck mal, hier liegt ein Rucksack. Alter! Nein! Was denn? Ich hab ne Shotgun gefunden mit mega fett Ammo und Eim. Der Sartzer ist auch mal der Gustav ganz... Alter, nice. Oh, ich hab ne Spitzhacke gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Ah, ich hab zu viele Pläne. Ich muss die Pläne loswerden. Du kannst die doch lesen. Ja, du musst die lesen. Dann kannst du die Rezepte machen. Ah, okay. Oh, ich hab ne Granolabar gefunden. Gut, dass ich das auch mal geverstanden habe. Wie geil ist das denn? Das hatten natürlich schon 10.000 Leute wahrscheinlich in den Kommentar geschrieben. Aber wir nehmen ja mehrere Folgen hintereinander auf zur Erklärung. Oh, wer kommt da? Oh, ein Bär. Geil. Wer ist da hinten? Alter, guck mal hier. Was hältst du von dem hier? Benni. Nein. Mit Licht sogar? Und Sarazza, wenn du die nicht lesen kannst, deine Sachen, ja? Deine Blueprints, dann musst du die abgeben, weil dann können andere die lesen. Nee. Ich geb mal den nicht ab. Das ist ja nur ein kleiner Trick von dir wieder. Nee, weil dann hast du die ja schon gelesen. Ja, nee, klar. Okay, mach ich auf jeden Fall. Du hast voll die übertriebene Waffe jetzt. Alter, ich hab ne mega fette Waffe, Alter. Mega fette Waffe hab ich. Richtig geile Shotgun mit Licht und allem. Mit Licht? Mit Licht. Bin jetzt der Nighthunter. Ich glaub, das ist sowieso das, was sie eigentlich machen müssen. Wir müssen jetzt eigentlich die Zombie-Bären und so weiter angreifen, um Blueprints zu kriegen. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Ja, plötzlich willst du mit mir spielen. Eben keinen Ton von dir geben und jetzt willst du, willst du, dass ich bin. Tobi. Wo seid ihr alle denn aus, Sarazza? Ich bin beim Rumpi. Ich bin beim Rumpi und mit so einem Haus. Genau, wir sind ja bei den Häusern immer noch. Ey, komm, wir gehen gerade jagen. Boah, jetzt probier's mal aus. Sollen wir mal hier weitergehen? Oh, geil. Warte mal bitte, warte mal bevor ihr weitergeht. Ich würde gerne aufstoßen. Pamm, Alter. Aufstoßen, das ist ja widerlich. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich lauf jetzt, ich bin jetzt in dem Gebiet, wo wir gerade waren. Bei den Häusern, bei diesen Kühltürmen und sowas. Ja, da musst du aber nach links unten sind wir jetzt bei dem Haus. Also noch weiter weg. Sarazza, schießt du noch auf den Bären? Der Bär ist bei mir tot längst. Links unten? Ich hab den einfach weggebrannt. Dann haben wir auf einen anderen Bären geschossen. Oh, der ist noch nicht tot. Oh. Was geht? Das kann passieren, sowas. Jetzt ist er tot. Ja, die Schrotflinte killt alles weg. Äh, ich kann hier gerade ein Schwein einfach so verprügeln. Ein Schuss und der Wolf ist platt. Krass, das ist geil. Dann mach mal alle weg hier. Irgendwie sind die Tiere jetzt ganz komisch. Ich hab nicht so viel Muni ohne Ende. Oh, Vorsicht. Ne, mach den mal lieber, oder? Komm, ich erledige das. Gronkh, wo bist du denn? Ich komme gleich, ich hab gerade nur ein Schwein. Was, hier fliegt noch was durch die Luft? Eine Lederweste. Ansonsten haben wir gleich wieder... Hier fliegt wieder Dumpf und wir müssen... Wir müssen wieder zurück. Aber bei welchen Häusern seid ihr denn? Ich bin jetzt hier den Berg runtergelaufen. Ne, brauche ich nicht. Siehst du den schwarzen Wolf? Den schwarzen Wolf? Ne, da ist ein größeres Haus. Seid ihr da? Alter, wie wir die wegrasieren, die Viecher. Wah, Hilfe! Komm, ich komme, ich komme, ich komme. Höre einen Schuss, das muss der Walle sein wieder. Ne, das war ich, das war ich. Ah, okay. Seid ihr bei dem größeren Haus? Leider nicht getroffen. Ne! Tod ist tot, ist tot. Da unten rennt einer. Da unten... Ich glaube, Erik, guck mal in die andere Richtung. Hinter dir. Hier oben. Gehst du hin? Ach da, okay. Hier ist so ein Haus übrigens. Ein großes. Folge dir. Ja, ja, da waren wir schon drin. Okay, na, war ja klar. Ich nehme den Bogen, weil das lohnt. Irgendwelche Leute gehen in unser Haus. Irgendwelche Leute gehen in unser Haus, haben wir die Tür offen gelassen. Kann sein. Kann sein, dass ich das sogar war, weil ich bin ja vom Server aufgeflogen. Ah, scheiße. Ja, ist aber nicht so schlimm. Ja, doch, wir haben doch unsere... Die ganzen Sachen, ja. Wir haben alle Sachen im Haus. Ja, los, jetzt müssen wir zurücklaufen. Also, wenn das jetzt nicht ein Fake ist, das kann natürlich auch sein. Wenn er jetzt unsere Sachen klappt, bringen wir den um. Ganz klar. Und ich habe eine witte Waffe. Da schrute ich aber jeden über die Bande, sage ich dir. Wir wissen nicht, wer das ist, der im Haus ist. Das ist das Problem. Fuba war der Übeltäter, sagt der Basher. Gehen wir? Okay, jetzt ist Jagd auf Fuba. Das geht nicht mehr. Okay. Okay, Benni, wir müssen zurück zum Haus. Scheiß auf die Wölfe. Die Jagd ist eröffnet. Menschenjagd. Fuba ist mit Equip rausgekommen. Okay. Hast du gelesen? Fuba ist mit Equip rausgekommen. Okay. Fulbar. Das heißt, der hat geklaut. Okay. Alter, das ist ja mies. Wir sind ja, ich dachte, wir wären ja voll von unter freundlichen Leuten. So. Leute, die uns nachjoinen. Das ist Fulbar? Nee. Nee, arm aber sexy LP. Hanfi hat was Geiles gefunden. Also, das Geile ist natürlich, dass wir nicht bei uns. Wirklich, wenn die Leute, die es rausgefunden haben, mit der Community zappen können. Ja. Rumpi, wo bist du? Ich lauf gerade dem anderen Typen hinterher, aber ich glaube, der ist es auch nicht. Da vorne habe ich einen Schuss gehört. Da habe ich irgendeinen Fischspieler. Ja, da hat, glaube ich, da hat einer auf mich gerade geschossen. Okay, wir kommen schon. Da steht einer auf dem Felsen oben. Nico oder Basher? Einer von beiden. Aber die schießen nicht auf uns. Wer ist denn das hier? Der hat eine Axt. Armer war sexy. Na? Alter, ich bin um Single von feindlichen Spielern gerade. Wo bist du denn gerade? Achso. Fulbar kommt zurück und legt alles in die Kisten? Nee. Hä? Ansonsten ist Fulbar vogelfrei. Schade, dass es keine Third Person gibt, ne? Oder habt ihr irgendwas rausgefunden? Ne, gibt's noch nicht. Aber ich bin jetzt beim Haus. Wo seid ihr? Ich bin auch beim Haus auf dem Felsen. Da stand doch gerade noch jemand. Nehmt auch einen Bogen in die Hand, ne? Da ist links wer. Da läuft jemand, ne? Ja, hinterher. Die Hohorns, Benni. Da laufen gleich mehrere. Da unten läuft jemand mit Klamotten? Wer ist das? Das bin ich. Das bin ich. Okay. Da schreit sich doch nicht mal in den Klippen lang. Wer ist das? Ich sehe da hinten noch jemanden. Ach, das ist blöd, dass man hier nichts sagen kann wie bei Daisy. Das ist Fulbar? Wer jagt da gerade? Ne, der ist es nicht. G.I. Official. Und da hinten? Ah, bleib mal stehen. Nicht, dass wir jetzt den Falschen erwischen. Das wäre behindert. Fulbar heißt er. Wer ist es? Wer ist es? Flo heißt der eine? Okay, der ist es auch nicht. Rumpel, hast du die Türen zugemacht beim Haus? Ne, ich war noch nicht. Vorne ist noch einer. Alter, was ist hier los? Was ist der Tobi? Hier sind sehr viele. Da vorne ist einer. Da steht eine Tür offen. Der rennt auf mich gefährlich nah zu. Scheiße, ich weiß. Wessen Tür ist denn das? Die kriege ich nicht zu. Tobi, kriegst du die Tür zu? Äh, meine ist, ähm, glaube ich zu. Na, hier ist noch eine andere. Warte mal. Bin ich der Übeltäter gewesen? Hier ist, hinten rechts ist eine Tür offen. Ne, ich glaube, das ist die vom Walle. Ach, scheiße. Oh, dann habe ich die Tür verpasst. Sorry. Ich habe nicht drauf geachtet. Es tut mir echt leid. Du weißt, was das heißt. Ey, warte mal. Wir rennen hier lang. Das ist der Tobi. Zehn Peitschenhebe. Hanfi? Alter. Also, ich könnte den Fulbar natürlich auch zu uns porten. Wir müssen natürlich mal gucken. Ja, das ist ja eine gute Idee. So in die Mitte von uns. Der hat zu viel gestohlen. Ey, es tut mir echt leid. Die Tür hinten auf dem Glas. Hat der gestohlen? Habt ihr mal reingeguckt? Ich habe jetzt das Leder genommen, weil das kann ich gleich gebrauchen für mein Leder-Outfit. Ey, der hat gestohlen. Oder habt ihr was rausgenommen? Nee. Also, wir hatten doch nicht viel drin. Wir hatten ein bisschen Chicken Breast. Das Holz hat es ja eh genommen, größtenteils. Wir hatten echt fast gar nichts drin. Doch, ich hatte Stoff reingelegt. Ja, ich auch ein bisschen, aber da können wir ganz ehrlich unser Zeugs... Ja, schon, aber wir dürfen sowas, weißt du? Alles. Aber wir hatten doch nicht viel Zeugs da drin. Doch, ich glaube schon. Pottin, doch mal her. Grock, ich finde... So holen wir uns unser Zeug einfach zurück. Das lässt sich ja leicht erledigen. Nee, aber das können wir nicht machen. Wenn wir eine Jagd machen, dann riecht... Huch, ich bin am Stein gestorben. You killed yourself. Was? Hä? Ich bin am Stein. Ich habe gerade einen Stein abgebaut und plötzlich tot. Was ist denn das alles hier? Was ist das denn für ein Bullshit, Alter? Weh, jetzt klaut man da jemand meine Klamotten. Ach, ey, es tut mir echt leid. Wir haben die Sachen geklaut, wir sind jetzt so viele Leute hier. Aber eigentlich ist es sogar eine geile Aktion, dass ich die Tür offengelassen habe. Ey, wir müssten die eigentlich alle mal umbringen. Auch wenn es blöd war von meiner Seite, weil, man muss ja ganz klar sagen, höhlt jetzt die Spannung. Okay, wer lootet mich da gerade? Integration? Was, dich lootet jemand? Ähm, war sexy. Ey, du lässt die Tür auf, Alter. Benni, du hast gerade die Tür aufgelassen. Genau das war, genau das ist nämlich der Fehler. Es passiert sau schnell. Dankeschön, Phil. Wie sieht es denn aus? Wollen wir die ganzen Typen hier vorne umbringen, die bei uns am Haus stehen? Warum? Nee, die sind ja, die sind ja nett gewesen. Aber ich will den Foolbar jetzt haben. Ja, komm, ey, scheiß drauf. Es waren ein paar, ein paar Lappen Leder und ein bisschen was. Ey, uns greißt der an, aber den Foolbar, der dich beklaut hat, den lässt er laufen. Ey, wenn der mal beim Weg läuft, schrode ich den sowas von weg, Alter. Der hat kein Gesicht mehr nachher. Aber ich, ja, wo willst du denn den jetzt suchen? Grong, vielleicht kannst du den hier in das Gehege bauen, irgendwie. Alter, weiß ich, das kann ich ja da eigentlich nicht machen. Und die eigentlich ist eröffnet. Wir können ja so Spitzzäune... Warte mal, warte mal, warte mal. Das könnten wir machen. Wir könnten vier so Gitter bauen und den in die Mitte, in der Mitte. Und dann alle vier von der... Geile Idee. Aber dann mit dem Bogen rein, immer? Nee, dann nicht mit dem Bogen rein, sondern einfach nur als so ein Haustier in der Mitte haben. Weißt du? Es gibt so Zäune, Alter, der kann man immer damage. Alter, der Rumpel, was ist denn da? Alter, so blöd bin ich noch nicht, Mann. Der ist sie, ey. Na komm, das machen wir. Aber das ist auch noch schlimmer. Hier kann man halt noch was machen. Eigentlich ist es geil, ja. Lass uns, jetzt haben wir den ersten Feind, weil der uns beraubt hat. Okay, ich war so blöd und hab die Tür öffengelassen. Wir könnten ein Kopfgeld aus dem Haus setzen. Aber man vergisst es auch schnell, die Tür einfach wieder zuzumachen. Bin ich gar nicht gewöhnt. Weil das mach ich ja auch zu Hause immer. Sollen wir so Woodbarrikaden bauen? Ich könnte mal vier bauen. Ja, warum nicht? Wir kommen für den in der Zeit raus, wie wir das machen. Das geht easy. Woodbarrikaden geht easy. Oder meinst du Porn? Porn. Alter, aber das können wir doch nicht machen, oder? Doch. Für die Folge ist es doch durchaus humorvoll. Es gibt diese Spike Walls, wo man Schaden kriegt, wo man reinläuft. Ja, ja, die hab ich. Da können wir ja so einen lustigen Arena-Käfig hinten im Hinterland bauen, wo keiner das erfährt. Ey, hat einer von der Low-Quality-Metal. Wo keiner ihn schreien hört. Was? Noch nicht, nee. Müßte ich bauen. Ey, für den Lederscheiß braucht man da ein Rezept auch. Boah, zum Glück hab ich die Metallfragmente mitgenommen, 250. Ich dachte eben noch, scheiße, hätt ich doch mal da drin gelassen. Ja, aber der hat wahrscheinlich auch den Ofen gelootet, der hat ja alles mögliche gelootet. Der hat ja nicht nur... Oh, der wird ein schönes Spielchen haben, ja. Fuba. Fulbar. Hieß der wirklich Fulbar? Ja. Haben wir eine Playerliste, die man aufrufen kann? Das weiß ich dann. Ja, Slashlist. Ich trau mich gar nicht, das hier aufzurufen, weil er bestimmt dann... Eigentlich ging das so mal, aber ich chatte das jetzt nicht lachen. Wieste, so ging das irgendwie. Ja, ich probier grad mal. Hahaha, wie blöd dieser Saratze ist. Seht ihr das? Da kann ich mal Befehle eingeben. Ja, nicht da, ne? Du weißt Bescheid, Gregor. Aber manche denken das jetzt wirklich, das ist so geil. Ja, ja, ja. Ja, kommen schon die Ersten, die das, äh... Ah, ich hab keinen Oxid drauf. Guten Tag. Oh, der Computer 22. Hat aber auch ne Megawaffe hier. Wer? Computer 22 hier oben. Oh ja, die können wir gebrauchen. Ja. Das ist Hosting? Was, was, was? Hosting? Ideal Hosting. Ach, das ist von Ideal Hosting. Ach, sieh an. Da haben wir den Server gemietet. Dürfen wir ihn trotzdem töten? Nein. Lieber nicht, sonst ist der Server weg. Aber der hat ne dicke Waffe. Ja, schon. Auch geil, äh... Wir sind Admin vom Server, wir können alles. Nein, derjenige, der den Server von euch vermietet. Wir zahlen doch dafür. Ja, eigentlich schon. Wir zahlen dafür, dass wir den töten können. Kommt der hierher und schiedet sich ne fette Waffe. Ich glaub, es geht los. Das ist so. Aber echt, der ist... Einfach gehen beim Kunden drauf. Aber jetzt, jetzt, entweder lasst wir Cool Bar jetzt laufen oder jagen. Ne, ne, wir jagen den und wir machen das wie bei der Polizei mit so einem Raster, mit so einer Rasterfahndung, wo wir in der Reihe immer schön in den Blickweite gehen. Das kann schon überall sein, jetzt inzwischen. Cool Bar gesehen. Hä? Renn also von meiner Bude rum? Von deiner Bude? Äh... Ich glaub, ich verhack mich langsam. Genau, vor unserer Bude. Das ist unsere Bude. Genau, ich nehme Fragen an. Der schleicht hier rum, sagt Let's Play Onkel. Was? Der schleicht Let's Play Onkel. Den hab ich doch grad gesehen. Let's Play Onkel ist ein guter. So. Kürre was? Oder die Küste. Was auch immer ihr braucht. Äh, ist, sind alle Türen zu beim Server? Äh, bei uns? Äh, beim, beim... Ja. Alle Backdoors? Alle Backdoors sind so... Fuba. Okay, Fuba. Ich mag's, wenn der Erik durch ist, ehrlich gesagt. Lauft der jetzt los? Oder Stein. Also einer redet hier irgendwas, ist mir jetzt auch egal. Oder Stein, auf jeden Fall. Sorry? Ah, da vorne sind zwei. An der Küste entlang. Aber da kann jetzt natürlich auch über alle Berge sein. Der ist halt natürlich jetzt in Adrenalinkick, als er das gelesen hat, ja? Er hat sich gedacht, oh, oh, oh. Oder der ist schon längst runter. Ist schon lang auf dem Server? Nee, glaub ich nicht. Ey, habt ihr übrigens gesehen? Leute, habt ihr übrigens gesehen, dass wenn man jetzt durch das Gras läuft, dass sich das Gras irgendwie... So, Welt. Nee, plättet und dann wieder aufbaut. Warte mal, da rennt doch her. Wer hängt denn da an der Küste gerade lang? In so einem Bus-Mann-Outfit. Ja, das ist der Kasex. Da war ich schon überall. Werde ihn erledigen, sagt Walter White. Breaking Bad. Ach, du bist das, Sarazza, mit deiner komischen Leuchte, der hier so die ganze Zeit rumflimmert. Ist cool. Ja, ist echt geil mit der Leuchte. Aber das Problem ist, dass man ihn nachts super sieht. Leute, ich hab die geilste Wurme ever. Ever. Forever, ever. Forever, ever. Forever, ever. Der jetzt flimmert total. Das macht einen total Kirre. Warte halt ein Fransen. Bei mir flimmert gar nichts. Bei mir schon. So gehen wir jetzt auf Exkursionen. Ich find's auch mal toll zu entdecken, weil hier überhaupt nicht alles gleich aussieht. Oh, Abgrund. Ui, ui, ui. Hier geht's aber nicht weiter. Habt ihr das gelesen im Chat mit den Metal Bars? Ja, das hab ich auch gelesen. Aber wir sind halt noch nicht so weit. Also das brauche ich ewig, bis ich diese Metal-Zeugsachen habe. Dann haben wir noch zu wenig Metal-Zeug. Ich hab Metal-Fragmente. 250, Alter. Ja, dann, aber ich brauche 100, um eine Metal-Bar zu bauen. Ich kann jetzt eine bauen von meinen 250. Nee, zweieinhalb könnte ich davon bauen. Nein, zwei. Weil ich brauche auch noch ein bisschen Metal-Fragmente. Ja? Aber wir müssen halt so ein bisschen mal... Ich hab übrigens einen 9mm, kann ich craften, wenn ihr wollt, ne? Theoretisch, ne? Das gibt er wieder an mit seinem Penis. Ja, nur ein Meter kann ich craften, aber ich brauche Low-Quality-Metal. Dafür müssen wir doch die Metal-Fragments einschmelzen, oder? Ja, die müssen alle im Ofen. Okay, dann können wir Low-Quality-Metal. Und dann mache ich uns eine Pistole. Aber wir brauchen vor allem Holz und sowas jetzt auch nochmal. Denkt ihr einen von euch, wenn ihr will. Ich brauche die ja nicht, ich habe ja die Schrot. Also hier in der Richtung ist nichts, da kommen wir noch nicht an der Küste entlang. Oh. Wer ist das? Ich bin das. Aber hier ist ein... Guck mal mit, Gronkh. Hier ist ein roter Bär, den könnten wir mal kurz erledigen. Da hinten sind noch viele rote Bären, wenn du möchtest. Ich habe da gerade den ganzen Busch voll entdeckt. Ja, die ist nämlich... Uah, da kommt schon einer. Hilfe! Wer schießt da? Wer schießt da? Ich, ich, ich. Ach. Dankeschön. Ich habe auch schon alles Mögliche zu fressen, Alter. Ich habe auch die ganze Zeit so Griegel und so einen Scheiß. Ich habe Schokolade gefunden. Ich auch, ja. Oh, wir sind wieder alle Balsam. Nicht nur du hast Schokolade. Ja. Wir sind die fünf Freunde. Wir können jetzt echt die fünf Freunde singen, Leute. Wir sind die fünf Freunde. Rumpel und Gronkh. Sarata und Tobi. Und Benni, der fünfte. Benni, die Fünfte. Ja, das sind früher. Wir sind die fünf Freunde. Dahinten steht ein Haus, dahinten steht ein Haus, dahinten steht ein Haus und hier sind lauter Rohstoffe und... Hallo, Bär. Huch. Alter. Boah, richtig guter Hit. Was denn? Der, äh, was Rumpel gesungen hat? Ah, hier, da kommt ein Bär, 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 da ist der Bären stark. Das ist ja Bären stark. Na, komm mal her. Du Bär. Du kleiner Bär, in den Arsch. Ronk, du sollst über König Sarat seine Geschichte erzählen. Alter, wir hätten mich da wieder angeschossen gerade. Äh, ich hab auf den Bär geschossen, Tobi. Ey, hier ist ganz viel Wood, Leute. Ich weiß, ich sehe ähnlich aus. Tiger Woods. Tobi, du hast einen Pfeil im Kopf. Ey, ich geh grad zu diesem Hals. Ja, das ist ein Haken. Ich treff den Bären immer nicht. Vorsicht, bitte nicht auf mich schießen. Ah, Gott, so lange hab ich ihn doch getroffen. Bitte nicht auf mich schießen. Ah, das ist massiv, ey, Benni, Alter. Zurück, 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 zurück. Da ist noch was drin, ein paar Metal-Fraggles, wollt ihr die haben? Ja. PAM. Ein paar Metal-Fraggles, was ist das denn da hinten? Wer sammelt denn da hinten so fleißig? Ich. Natürlich. Aber auch noch Holz. Zurück zum Haus. Fubas an unserem Haus. Fubas an unserem Haus. Woher weißt du das? Weil es gerade in den Chat geschrieben wurde. Oh, Gott. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Blauert doch auf dem Berg. Komm, wir schnappen den. Ey, die verarschen uns doch. Die verarschen uns doch. Ja, die verarschen uns. Die verarschen uns nicht. Dafür wären wir abgefahren. Wenn uns jemand verarscht, Alter, dann verarsche ich den aber zurück. Ich hab doch gesagt, wir hätten sie alle töten sollen. Mit Pfeil und Bogen. Mit Pfeil und Bogen verarsche ich den zurück, ja. Wir hatten nicht die Leute hier ausrüsten. Das ist blöd. Also, wenn er das macht, dann bände ich den. Sorry, dann ist aber gar nichts mit Ideal-Hosting. Nee, so ideal ist das nix. Das ist ja suboptimal-Hosting. Registrier, ich rechte Domain. So, ich muss was essen. Ich esse jetzt mal Bohnen. Nimm doch einen Knoppers. Nicht mal diesen Bohnenscheiß. Nee, die Bohnen, die haben auch die Ruts weggemacht. Die Bohnen, wenn du die isst, die nehmen dir 50 Ruts weg. Ah, cool. Ah, runter-rationalisiert, wa? Ja, genau. Wo der Tobi die Witze hernimmt, ist mir echt ratzelhaft. Hat was von Starbound gerade irgendwie. Okay, pass auf, ob das wäre. Ich hab mal mit den Bohnen ein bisschen gerustet. Ich frage mich jetzt aber ganz ernsthaft, wieso hängen jetzt alle bei unserem Haus rum? Das ist doch doof. Ich meine, es ist lustig, dass so viele Leute da sind, aber die bauen jetzt auch alle da rum. Wir machen einfach einmal ein Genozid und dann ist gut. Ich hätte C4, wenn das jemand braucht. Hm, hallo. Weil jemand hat hallo gesagt. Alter, wie so Penner hängen die vor unserem Haus rum, Alter. Komm her. Ja, schieß wer. Ich, ich, ich. Du musst es ankündigen, Alter. Irgendwer sagt ganz ruhig, ganz ruhig. Ich find das lustig, dass Serverchat nutzen. Die verarschen dich, Saratza. Nee, ich glaube nicht. Der Basher ist auch ein Zuschauer. Nee, der Basher war vielleicht selber in dem Haus drin und hat da alles gelootet. Aber der Fuba hat vorhin geschrieben auch. Nachdem ich ein Kopfgeld ausgesetzt habe. Ja, ja, der hat geschrieben, dass er alles gelootet hat. Hat er doch irgendwie was gesagt. Also los. Jungs, kommt mal mit. Ja, ich, ich. Ich bin schon in der Richtung. Ich bin schon dabei. Also hoch oder was? In den Hügel hoch oder wie? Ja, genau. Ich geh an der Seite lang unten. Ich versteck mich mal irgendwo und dann warte ich mal, ob der wieder rauskommt. Wie ist eigentlich die Folge? Wisst ihr was? Ob wir den finden, das erfahren wir in der nächsten Episode. Ja, genau. Das wollte ich doch sagen. Yeah, das ist spannend. Cliffhanger-Style. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Oh mein Gott, werden wir den guten Fuba finden? Was meint ihr, Freunde? Alter, den Fuba, ne? Ganz ehrlich. Fuba? Fuba? Fuba heißt der nicht Fuba? Nee, Fuba. Wie das der Programm. Aus dem mache ich eine Toolbar. Ah, okay. Yeah, Alter, der Tobi macht Ansage. Das heißt, in der nächsten Folge wird's ernst. Alter, der hat die Menschenjagd. Nennen wir Menschenjagd. Menschenjagd. Schönen auf der Pusch. Püß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017